Nachdenkseiten Die kritische Website Mikhail Gorbatschow Der Ausnahmepolitiker und die mutwillig verspielten Chancen für eine friedlichere Welt Ein Beitrag von Leo Ensel, verantwortlich Redaktion Mikhail Gorbatschow war kein tragischer Held, wie es nun in den Nachrufen aller Orten wieder tönt. Das Erbe seines epochalen neuen Denkens wurde verspielt von den Politikern in West und Ost, aber auch von einer friedenspolitisch weitestgehend apathischen Öffentlichkeit. Wie mag es sich anfühlen, wenn man am Ende seines Lebens ohnmächtig, aber bei vollem Bewusstsein mit ansehen muss, wie das eigene, einzigartige Lebenswerk für die gesamte Menschheit mit aller Gewalt mutwillig an die Wand gefahren wird? Wie wird man sich fühlen, wenn man sich dabei auch noch seit mehr als zwei Jahren im Krankenhaus, dem der Präsidentialadministration aufhalten muss, von Freunden, Kollegen und Verwandten weitestgehend isoliert? Wenn der Körper zusehends schwächer wird, Diabetes aufstehen und gehen fast unmöglich macht, man mehrfach in der Woche zur Dialyse muss. Und wenn gleichzeitig das eigene Land, Krieg, pardon, eine sogenannte Spezialoperation durchführt, gegen das Brudervolk, dem die Mutter und die über alles geliebte, viel zu früh verstorbene Ehefrau entstammten. Der Ausnahmepolitiker Mit Mikael Gorbatschow war, als Europa Mitte der 80er Jahre fast unausweichlich in ein atomares Inferno hinabzustürzen drohte, wie durch ein Wunder nicht nur ein Ausnahmepolitiker an die Macht gekommen, sondern auch ein Ausnahmemensch. Und ausgerechnet in dem von Ronald Reagan sogenannten Reich des Bösen. Ein Mann, der Krieg verachtete und seine Frau mehr liebte als seine Arbeit. Der Chef einer Supermacht, der mit dem von ihm mitentwickelten Neundenen mental auf der Höhe des Atomzeitalters war und zugleich den Mut und die Energie aufbrachte, es in neues Handeln umzusetzen. Der die Erbsenzählerei der jahrelangen Genf festgehaltenen Verhandlungen überwand, indem er in qualitativen statt in quantitativen Kategorien dachte. Die Politik des Nullsummenspiels »Mein Gewinn ist dein Verlust« hinter sich ließ und gegen alle internen und äußeren Widerstände hartnäckig auf ein Ziel hinarbeitete. Atomare Abrüstung, in seinen eigenen Worten, für die Unsterblichkeit der Menschheit. Und keinesfalls vergebens. Alle landgestützten Mittel- und Kurzstreckenraketen in Ost und West wurden abgezogen und restlos verschrottet. Erstmals in der Geschichte des Kalten Krieges war somit eine gesamte Waffengattung, und zwar die gefährlichste, eliminiert. Es folgte die Zerstörung von 80 Prozent aller Atomsprengköpfe weltweit. Aber Gorbatschow wollte mehr. An 15. Januar 1986 verlas der damalige Generalsekretär der KPDSU eine sensationelle Erklärung, die in konkreten und realisierbaren Teilschritten den Weg zu einer atomwaffenfreien Welt bis zum Jahr 2000 wies. Einen kurzen, zauberhaften Moment lang schien alles sich doch noch zum Guten zu wenden. Der Weg in eine friedliche Zukunft schien offen. Der, wie wir heute desillusioniert feststellen müssen, erste Kalte Krieg wurde beendet, ohne dass ein einziger Schuss fiel. Gorbatschows Vision vom gemeinsamen europäischen Haus schien greifbar nahe. Für einen Wimpernschlag der Weltgeschichte schien selbst Kants Utopie vom ewigen Frieden in den Bereich des Möglichen gerückt. Der kollektive Westen und der sowjetische Raum hatten mit Gorbatschow folgende vermutlich einmalige Chancen. Eine Welt ohne Massenvernichtungsmittel und umfassende weitestgehende Abrüstung auf ein vertretbares Niveau. Ein auf Jahrzehnte befriedeter europäischer Kontinent. Und eine Weltordnung unter der Ägide der Vereinten Nationen. Die mutwillig verspielten Chancen Ein Blick auf die aktuelle Weltlage zeigt, wie diese Chancen verspielt wurden. Die Karte von Paris und das Neudenken wurden vergessen gemacht. Fast alle Abrüstungs- und Rüstungsbegrenzungsverträge, die das Ende des Kalten Krieges ermöglicht hatten, wurden ausschließlich auf Druck der USA gekündigt. Atomwaffen sind längst wieder salonfähig. Ihr möglicher Ersteinsatz in den Doktrinen der USA und Russlands nun ausdrücklich verankert. Atomsprengköpfe werden modernisiert. Ein neuer eiserner Vorhang durchteilt jetzt rund 1000 Kilometer weiter östlich unseren Kontinent. Das gemeinsame europäische Haus liegt in Trümmern. Und der gegenwärtige Krieg in der Ukraine ist nicht etwa der erste in Europa seit dem Ende des Ersten Kalten Krieges. All dies bei höchst instabilen geopolitischen Rahmenbedingungen in einer Welt, in der kein relevanter Akteur sich überhaupt noch an Regeln zu halten scheint. Und eine weitgehend apathische Öffentlichkeit in West und Ost, eine verhängnisvolle internationale Volksfront der Ignoranz, Indolenz und Bequemlichkeit, ließ alles jahrelang widerstandslos zu. Als vor drei Jahren schließlich auch noch der INF-Vertrag jämmerlich abkratzte, da juckte es selbst die ehemals Friedensbewegten im wiedervereinten Deutschland kaum noch. Gorbatschows letztes Buch, sein politisches Testament mit dem Titel, was jetzt auf dem Spiel steht, mein Aufruf für Frieden und Freiheit, Punkt genau zum 30. Jahrestag des Mauerfalles erschienen, wurde von den deutschen Leitmedien fast gar nicht mehr zur Kenntnis genommen. Nicht nur die Politiker. Wir alle haben versagt. Am 30. August ist Mikhail Gorbatschow im Alter von 91 Jahren von uns gegangen. Dass er zum Ende seines Lebens ohnmächtig mit ansehen musste, wie das politische Erbe seines neuen Denkens fahrlässig verspielt, nein, mutwillig an die Wand gefahren wurde, das war für ihn die schlimmste Tragik, die schrecklichste Demütigung, aber auch die erbärmlichste Schande für die gegenwärtigen Akteure im Westen wie auch in Russland. Nun sind wir alle Hinterbliebene. Aber nicht von Gorbatschow, sondern von all den ungenutzten Chancen auf eine friedlichere Welt, kurz von uns selbst. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.